Schatten im Schnee Winter hatte das kleine Dorf fest im Griff. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel und bedeckten die Dächer, Straßen und Felder mit einer weißen Decke. Die Kinder freuten sich und spielten draußen, machten Schneemänner und veranstalteten Schneeballschlachten. Lukas, ein zehnjähriger Junge, war besonders begeistert von dem Schnee. Er liebte es, Spuren zu machen und zu sehen, wie seine Füße Abdrücke im weichen Schnee hinterließen. Eines Tages, als er draußen spielte, bemerkte er jedoch etwas Seltsames, es gab eine zusätzliche Spur neben seinen eigenen. Diese Spuren sahen nicht wie normale Fußspuren aus. Sie waren viel größer und tiefer. Neugierig beschloss Lukas, diesen mysteriösen Spuren zu folgen. Sie führten ihn tiefer in den Wald, weiter weg von seinem Dorf. Der Schnee wurde dichter und die Bäume schienen immer größer und bedrohlicher zu werden. Aber Lukas war mutig und wollte das Rätsel lösen. Nach einer Weile erreichte er eine Lichtung. In der Mitte stand ein riesiger, alter Baum und darunter lag etwas Großes und Schwarzes. Als Lukas näher kam, erkannte er, dass es ein riesiger, schlafender Bär war. Lukas war zuerst erschrocken, aber dann bemerkte er, dass der Bär verletzt war. Ein großes Stück Holz steckte in seiner Pfote. Ohne zu überlegen, näherte sich Lukas vorsichtig dem Bären und zog das Holz heraus. Der Bär erwachte, blickte Lukas an und schnaubte leise, als ob er sich bedanken wollte. Von diesem Moment an entwickelte sich eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Jungen und dem Bären. Jeden Tag besuchte Lukas den Bären, fütterte ihn und spielte mit ihm im Schnee. Der Bär, den Lukas Schatten nannte, wurde bald gesund und stark. Doch der Winter ging zu Ende und der Schnee begann zu schmelzen. Es war Zeit für Schatten, in den tiefen Wald zurückzukehren. Lukas war traurig, aber er wusste, dass es das Beste für seinen Freund war. Am letzten Tag standen sie beide an der Lichtung, blickten einander an und verabschiedeten sich ohne Worte. Schatten verschwand im Wald, und Lukas kehrte in sein Dorf zurück, mit einer Geschichte, die er nie vergessen würde. Jahre vergingen, und Lukas wurde älter. Aber jedes Mal, wenn der erste Schnee fiel, erinnerte er sich an sein Abenteuer mit Schatten und lächelte. Das Rätsel der verlassenen Hütte Hanna und Lukas waren die besten Freunde seit dem Kindergarten. Jeden Sommer verbrachten sie ihre Ferien im Dorf ihrer Großeltern. Es war ein kleines, ruhiges Dorf, umgeben von Wäldern und Wiesen. Ein perfekter Ort für Abenteuer und Entdeckungen. Diesen Sommer war jedoch anders. Als sie durch den Wald spazierten, entdeckten sie eine alte, verlassene Hütte. Sie war von Dichtem unter Holz umgeben und schien seit Jahren niemanden mehr gesehen zu haben. Ihre Neugier war geweckt. »Denkst du, es ist sicher, hineinzugehen?«, fragte Hanna, während sie die verrostete Tür betrachtete. Lukas, immer der Mutigere von beiden, antwortete, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, und öffnete vorsichtig die knarrende Tür. Die Hütte war staubig und alte Möbelstücke waren überall verstreut. In der Mitte des Raumes stand ein alter Holztisch und darauf lag ein verschlossenes Tagebuch. Hanna nahm es vorsichtig in die Hand. »Wir sollten es nicht öffnen«, warnte Lukas, »aber die Versuchung war zu groß.« Sie öffneten das Tagebuch und begannen zu lesen. Es gehörte einem Mädchen namens Klara, das vor vielen Jahren in dieser Hütte gelebt hatte. Sie schrieb von ihren Abenteuern im Wald, von geheimnisvollen Begegnungen und von einer verborgenen Schatzkarte. Die beiden Freunde sahen sich an. Ein neues Abenteuer rief. Sie beschlossen, der Karte zu folgen und den Schatz zu finden. Stundenlang folgten sie den Anweisungen im Tagebuch, überquerten Bäche, kletterten auf Bäume und suchten nach Hinweisen. Schließlich, als die Sonne unterging, kamen sie an einen großen Felsen. Laut Tagebuch sollte der Schatz hier versteckt sein. Mit ihren Händen gruben sie in der Erde und fanden eine kleine, verrostete Kiste. Vorsichtig öffneten sie die Kiste und fanden darin alte Münzen, Schmuckstücke und einen Brief von Klara. Sie schrieb, dass dies ihre wertvollsten Besitztümer waren und dass sie hoffte, dass jemand, der das Tagebuch liest, sie finden würde. Hanna und Lukas sahen sich an und lächelten. Dies war ihr größtes Abenteuer bisher und sie konnten es kaum erwarten, es ihren Großeltern zu erzählen. Als sie zurück ins Dorf kamen, wurde ihnen klar, dass das wahre Abenteuer nicht darin bestand, einen Schatz zu finden, sondern in den Erinnerungen, die sie zusammen geschaffen hatten. Und so, mit einem neuen Geheimnis im Herzen und einer wunderbaren Geschichte zu erzählen, endete ein weiterer unvergesslicher Sommer für die beiden besten Freunde.